Immer bereit, den Einfluss der Vergangenheit kreativ verändern. Das ist meine Ausstellung im Frauenzentrum Paula Panke. Und der Rundgang geht dir jetzt hier viel zu schnell? Keine Sorge, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Ich werde dir die einzelnen Serien und Bilder noch vorstellen mit den Geschichten dahinter und dazu etwas erzählen. Das ist eine Möglichkeit meiner Kunst näher zu kommen. Jetzt, wo die Ausstellung gerade aufgrund der aktuellen Beschränkungen geschlossen ist. Schau auch gern auf der Online-Ausstellungsseite vorbei. Bis bald. Tschüss.